Zügig scheitern das persönliche Budget stets im Blick. Die Geschäftswelt von heute ist schnelllebig und innovativ. Die Grundsätze des frühen Scheiterns, des schnellen Scheiterns und des günstigen Scheiterns sind für erfolgreiche Unternehmer und Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Die Grundsätze besagen auch, dass man sich ständig verbessern muss. Dieser Ansatz ist auch als fail early, fail fast, fail cheap, fail better bekannt. Er ermutigt zu mutigen Experimenten, schnellem Handeln, Lernen aus Fehlern und kontinuierlicher Verbesserung. Vor kurzem nahm ich an einem Workshop mit Dr. Uwe Samuels teil, einem Exponential-Pionier, der uns in die Welt des Prototyping einführte. Dr. Samuels ermutigt dazu, in großen Dimensionen zu denken und zu handeln, sogar in exponentiellen Dimensionen. Diese Denkweise ist entscheidend für die Entwicklung innovativer Lösungen und den Erfolg auf einem wettbewerbsorientierten Markt. Prototyping und schnelles Scheitern sind von zentraler Bedeutung. Dazu gehören viele Tests und Experimente. Ziel ist es, herauszufinden, was die Nutzer wirklich schätzen, was ihnen Spaß macht und was sie hilfreich finden. Fragen nach den Bedürfnissen der Zielgruppe und der Machbarkeit von Ideen sind dabei entscheidend. Sebastian Schulz stellte in der zweiten Staffel von Creative The Female Founders Show einen entscheidenden Gedanken vor. Er sagte, wenn dein erstes Produkt dich nicht in Verlegenheit bringt, bist du zu langsam auf dem Markt. Dieser Gedanke unterstreicht die Notwendigkeit, mit neuen Ideen und frühen Prototypen auf den Markt zu gehen, auch wenn diese noch nicht ausgereift sind. Scheitern, testen und ausprobieren sind integrale Bestandteile der Unternehmensgründung. Es ist wichtig, sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen, sondern sie als Lernmöglichkeiten zu sehen, die einen letztlich weiterbringen. Jeder Misserfolg birgt das Potenzial, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und kontinuierlich zu optimieren. Meine Frage an Sie lautet nun, wann haben Sie den Schritt gewagt und zu früh oder unfertig begonnen? Wann waren Sie am Ende dankbar, dass Sie sich der Herausforderung gestellt haben? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse. Nur durch den Austausch von Wissen und Erfahrung können wir wachsen und erfolgreich sein. Untertitelung des ZDF, 2020